Hey, kannst du nicht fahren? Doch, wieso? Weil ich sieh noch die Bremshure. Ahahahahaha! Weißt du, was zwei Donuts auf dem Herd machen? Mh, nee. Also ich spiele Herd der Ringe. Herz, was krieg ich denn du anfaschen? Ich hab's Bienen. Wie geht denn das? Ey, ne braun und vorne gelb. Ey, Mels. Ja? Was ist Käse im Winter? Weiß ne. Frischkäse. Samo geht's dir halt net gut. Ja, mir geht's echt scheiße heute. Na ja, ich bin auch ganz schön angepisst. Ahahahahaha! Ey, Pommes? Mhm? Was ist denn ne Keks und ne Barm? Schade des Plätze. Was macht's Toast, wenn's schnell weg muss? Weiß ne. Also ich verkrümeln. Ey, Dennis. Ja? Was ist denn das Gefährlichste bei ner Tee-Party? Weiß ne. Ein die fliegende Untertasse. Ich hab's bei dir. Ja. Was ist das Gefährlichste bei? Ja. Ne. Oh, da warst du.